Apple hat soeben auf der WWDC 2024 ihre neue Software vorgestellt und es war ja im Vorhinein schon die Rede von künstlicher Intelligenz, von einem total neuen iOS 18. Am Anfang hat man davon noch nicht wirklich viel gesehen, doch zum Ende hin gab es dann die große Explosion an künstlicher Intelligenz und ich möchte euch einfach alle Features der neuen Software von Apple hier in diesem Video zusammenfassen, also unbedingt dranbleiben und viel Spaß. Zu Beginn hat Apple Vision OS 2 vorgestellt, also die neue Software für die Apple Vision Pro und bis auf kleine Neuerungen gibt es ja gar nicht so viel Neues. Das Besonderste für uns hier in Europa ist eigentlich, dass sie jetzt angekündigt haben, dass die Apple Vision Pro ab Juli auch in Europa erhältlich sein soll und dann können wir eben selber mal so ein bisschen in der Software rumspielen, sofern wir denn das nötige Kleingeld haben. Und weiter ging es dann mit iOS 18 und tatsächlich wurden hier noch nicht die ganzen neuen KI-Funktionen vorgestellt, sondern erstmal nur die personalisierbaren Home Screens, also wir können jetzt die Icons frei auf dem Home Screen anordnen, wir können die Icons im Dark Mode auch in der Farbe verändern, zum Beispiel an die Hintergrundfarbe anpassen oder eben eine ganz eigene Farbe geben, also letztendlich all das, was wir bei Android schon seit Jahren können, deswegen hat mich persönlich das jetzt auch nicht so gecatcht, aber ganz nett, dass wir das Ganze jetzt eben auch auf dem iPhone können. Zudem können jetzt auch Apps mit einem Passwort gesichert werden und es gibt sogar so Hidden Folders, also versteckte Ordner, wo wir diese Apps dann reinpacken können, sodass sie dann nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Weiter geht es mit der Mail-App und da hat Apple schon so ein bisschen durchschauen lassen, in welche Richtung das mit künstlicher Intelligenz gehen wird, denn wir haben jetzt so intelligente Filter, also Apple priorisiert verschiedene E-Mails, wo sie sagen, die sind jetzt gerade wichtig für dich, aber sortiert die auch in verschiedene Unterordner, in verschiedene Kategorien kann man fast sagen. Diese Kategorien kann man auch selbst erstellen und eben dann auch E-Mails, die noch nicht zugeordnet sind, in neue Kategorien einsortiert. Eine App, die ein komplettes Redesign erhalten hat, ist die Fotos-App, das heißt, wir haben jetzt oben quasi einen Blick auf alle unsere Fotos und unten haben wir unsere Alben und unsere intelligenten Sammlungen, denn Apple wirkt jetzt damit, dass quasi künstliche Intelligenz einem hilft, Favoritensammlungen zu erstellen, also Bilder, die irgendwie speziell zusammenpassen. Man kann aber auch eigene Sammlungen erstellen lassen, zum Beispiel von bestimmten Personen, die dann da drin sind oder von einem bestimmten Ort oder man könnte sagen, ich möchte alle Bilder von meinem Hund da drin haben. Also letztendlich ist da auch schon künstliche Intelligenz im Spiel und wir haben jetzt so eine kleine Filteroption, wo wir jetzt zum Beispiel sagen könnten, ich möchte alle gedownloadeten Bilder anzeigen lassen oder alle Screenshots. Also man merkt hier schon, dass künstliche Intelligenz im Spiel ist und ich finde es eigentlich ganz cool, dass diese Fotos-App jetzt ein bisschen smarter ist. Und wenn wir gleich auf die einzelnen Features dieser künstlichen Intelligenz von Apple eingehen, dann merkt ihr auch, dass es wirklich Sinn ergibt, was Apple hier gemacht hat und dass da noch viel mehr geht. Damit sind wir auch schon bei der nächsten Rubrik angekommen und zwar Audio und Home und ich würde da gar nicht so tief drauf eingehen, weil das einfach alles nicht so besondere Features sind meiner Meinung nach. Wenn wir zum Beispiel bei den Airpods ein Feature, dass wir jetzt über Kopfgesten beispielsweise einen Anruf annehmen oder ablehnen können oder wenn Siri irgendwie eine Frage stellt, kann man dann eben im Kopfnicken bejahen, wenn man gerade nicht sprechen kann. Und wir haben jetzt Noise-Reduction-Funktion, das heißt Hintergrundgeräusche. Wir haben beim Telefonieren noch besser ausgeblendet, sodass man die Stimme besser hört. Das sind so die zwei Key-Features von den Airpods gewesen und beim Apple TV sieht es ähnlich aus. Letztendlich bezieht sich da das meiste auf die TV-Plus-App. Also wenn wir zum Beispiel eine Frage haben, welche Musik läuft da eigentlich gerade in dem Film oder welcher Schauspieler ist da zu sehen, dann wird uns diese Info angezeigt und wir könnten zum Beispiel sagen, okay, die Musik ist so cool, die möchte ich direkt in meinen Apple Music Mediathek speichern und dann würde er das quasi für einen tun. Genauso unspektakulär geht es weiter mit WatchOS 11, denn da haben wir jetzt eine neue Trainingsfunktion. Die zeigt einem quasi an, wann die besten Momente sind, zum Sport zu gehen oder einfach mal die Füße stillzuhalten, um quasi so ein Rest-Day einzulegen. Der analysiert also das Training nochmal ein bisschen besser. Man kann da eben noch ein bisschen mit Informationen füttern, zum Beispiel wie anstrengend jetzt eine bestimmte Übung war. Und daraus macht er dann eben quasi so einen Plan, so einen Trainingsplan, könnte man schon fast sagen, wann man denn trainieren gehen sollte und wann nicht, um dann eben die beste Leistung abzurufen. Eine weitere ganz nette Funktion bei WatchOS sind jetzt die intelligenten Widgets. Das heißt, auf dem Watchface vorne werden dann immer die Widgets angezeigt, die gerade zur aktuellen Situation passen. Also auch das Ganze läuft so ein bisschen auf Basis künstlicher Intelligenz und wir haben jetzt die Möglichkeit, personalisierte Watchfaces anzufertigen, also anhand von Bildern, die dann auch das iPhone bzw. die Apple Watch automatisch werden auswählt, die also besonders gut geeignet sind. Kann man dann eben schöne Watchfaces generieren lassen. Auch eine nette Spielerei, aber mehr eben auch nicht. Und damit sind wir auch schon bei iPadOS 18 und eigentlich kann man sagen, alles was bei iOS 18 drin ist, kommt jetzt auch eben natürlich bei iPadOS 18, also die ganzen Personalisierungsmöglichkeiten. Eine coole Funktion ist jetzt eben, dass wir so eine kleine Tabbar haben in verschiedenen Apps. Das heißt, was sonst eben in dieser Sidebar zu sehen war, ist jetzt in so einer kleinen, ja schwebenden Tabbar eben zu sehen. Man kann die eben dann auch nochmal personalisieren bzw. anpassen. Viel cooler fand ich da, dass wir jetzt endlich einen Taschenrechner auf dem iPad haben nach gefühlt 100 Jahren. Aber dieser Taschenrechner hat eine coole Funktion und zwar sind es die Math Notes, also quasi Mathe-Notizen. Und wir können darauf jetzt quasi ganz normal rechnen, nur, dass wenn, sobald wir dann ist gleich hin machen oder zum Beispiel eine Rechnung unterstreichen, er einem quasi automatisch ausrechnet, was man da vorher hingeschrieben hat. Und das Ganze geht so weit, dass wir da zum Beispiel auch verschiedene Kurven einzeichnen können mit verschiedenen Parametern. Und er dann quasi sagt beispielsweise, wie hoch fliegt jetzt der Tischtennisball, war jetzt in dem Beispiel in der Keynote. Und das Ganze funktioniert tatsächlich auch in der normalen Notizen-App, also man muss dafür nicht extra in den Rechner. Ein weiteres sehr cooles Feature in der Notizen-App ist die intelligente Handschrifterkennung. Das gab es ja vorher schon so ein bisschen, dass er quasi sagen könnte, ey, hier hast du irgendwas falsch geschrieben. Jetzt kann er aber die Handschrift quasi auch in Echtzeit abändern, also zum Beispiel Fehler ausbessern und die Handschrift generell verbessern. Also wenn man so eine Sauklaue hat wie ich, dann kann man am Ende vielleicht sogar was lesen. Noch cooler wird es dann, wenn man normale Texte aus dem Internet reinkopiert in die Notizen-App und er quasi dann das Ganze in Handschrift übersetzt, weil er quasi auf Basis künstlicher Intelligenz die Handschrift so gut analysieren kann, dass er die reproduzieren kann. Gerade wenn man eben viel mit Handschrift-Notizen macht, ist das auf jeden Fall ein sehr nices Feature meiner Meinung nach. Weiter geht es mit dem neuen macOS unter dem Namen Zikoria, also wieder ein sehr specialiger Name. Und die coolste neue Funktion meiner Meinung nach ist hier das iPhone-Mirroring. Also egal, wo das iPhone gerade liegt, wir können das jetzt auf unserem Mac-Bildschirm anzeigen und damit auch ganz normal interagieren, wie erzählt mir das iPhone jetzt in der Hand. Cool wird es dann auch, wenn man verschiedene Dateien oder Fotos übertragen will. Auch das geht dann natürlich problemlos über Drag & Drop. Und dann kam das, worauf wir eigentlich alle gewartet haben. Und zwar ist Apple übergegangen zum Thema künstliche Intelligenz und hat Apple Intelligence, also kurz AI, vorgestellt. Und lustigerweise ist es ja auch die gleiche Abkürzung wie Artificial Intelligence, also quasi künstliche Intelligenz, nur auf Englisch. Haben sie also schlau gemacht an dieser Stelle. Und dann ging es quasi los, dass sie gezeigt haben, was grundsätzlich damit möglich ist und sind dann nochmal ins Detail gegangen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Und dann ging es quasi direkt los mit Siri, also quasi der alten, unbrauchbaren und jetzt hoffentlich neuen und intelligenten Sprachassistentin. Und ich kann euch sagen, das wird auf jeden Fall eine komplett neue Erfahrung im Vergleich zu der Siri, die wir vorher kannten. Erstmal ist die Animation jetzt eine ganz andere. Also der Rahmen leuchtet jetzt so hell auf, wenn wir nach ihr fragen. Und sie redet viel natürlicher. Wir können viel natürlicher mit ihr reden. Und letztendlich kann sie jetzt auch viel mehr Aufgaben bewältigen. Wir können zum Beispiel auch Dinge umschreiben, eine bestimmte Funktion auf dem iPhone suchen. Wir können in der Fotos-App nach ganz bestimmten Fotos suchen. Sie analysiert die ganzen Fotos und würde dann genau das Foto raussuchen, wo ich gerade in New York bin und einen roten Hut aufhabe, wenn ich danach suche. Aber ein ganz großer Punkt, der auch immer wieder angesprochen wurde, war eben das Thema Privacy. Denn Apple sagt selber, wir können quasi nicht auf deine Daten zugreifen, sondern nur du kannst das. Und das Ganze liegt auch vor allem daran, dass diese künstliche Intelligenz vor allem auf das iPhone beschränkt ist. Also quasi alle Rechenprozesse direkt auf dem iPhone, dem MacBook, dem iPad passieren. Weiter ging es dann unter dem großen Kapitel Writing Tools, also alles, was irgendwie mit dem Thema Schreiben zu tun hat. Denn auch da ist Apple Intelligence jetzt eben dabei, einem weiterzuhelfen. Wenn man zum Beispiel eine Mail schreibt und sich gerade voll im Ton vergriffen hat, dann kann diese E-Mail einfach auf Knopfdruck freundlicher oder professioneller formuliert werden. Man kann das Ganze nochmal auf Fehler überprüfen lassen. Dann würde er quasi diese E-Mail dann nochmal fehlerfrei schreiben. Aber man könnte auch eigene Befehle geben, also sagen, ja, die E-Mail, die muss ein bisschen kürzer sein, die muss ein bisschen länger sein, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen mehr auf den und den Aspekt eingehen. Und dann ist es ähnlich, wie man es schon bei ChatGPT kennt, dass er den Text dann immer und immer wieder neu schreibt, bis er dann eben für einen perfekt ist. Und weiter ging es dann mit der Erstellung von Bildern auf der Basis von künstlicher Intelligenz. Und zwar fing das Ganze an mit Genmojis, also quasi Computer- bzw. KI-generierten Emojis auf der Basis von Texteingabe. Das fand ich noch irgendwie eine ganz lustige Spielerei. Cooler wurde es dann aber, als sie den Image-Playground vorgestellt haben. Das ist so ein bisschen modular aufgebaut. Also man kann ihm quasi verschiedene Themen reingeben. Daraus erstellt er dann ein Bild, wo man dann in Echtzeit sehen kann, wie sich dieses Bild auch verändert, wenn man ihm verschiedene Module gibt. Und man kann aber zum Beispiel auch Avatare oder Bilder von Freunden oder von sich selbst reinpacken. Und dann könnte ich mich selbst zum Beispiel in den Weltraum mit einem Astronautenanzug beam bzw. ein Bild daraus erstellen lassen. Und das Ganze dann zum Beispiel über iMessages oder E-Mail oder whatever dann verschicken. Zum Beispiel haben sie dann auch gesagt, in der Notizen-App, wenn ich dann irgendwas gezeichnet habe, könnte ich auch sagen, erstell mal aus dieser Zeichnung ein vernünftiges Bild. Oder ich könnte auch sagen, hier soll jetzt ein Bild rein und zwar Bild XY und dann könnte ich auch über diesen Image-Playground quasi ein Bild erstellen lassen. Am Ende hat Apple dann nochmal angekündigt, dass Apple Intelligence zusammen mit ChatGPT arbeitet. Also überall, wo Siri zum Beispiel nicht mehr weiterkommt und ein Bild generieren soll oder einen Text generieren soll, kann man quasi auf ChatGPT zugreifen. Und das Ganze ist nativ eingebunden. Man braucht keinen Account bei OpenAI. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, diese kleine Zusammenfassung der WWDC 2024 konnte euch weiterhelfen. Es wurde sehr viel vorgestellt. Sehr viel, was auch schon meiner Meinung nach lange überfällig gewesen war. Also wie zum Beispiel die Anordnung der Apps oder auch die Rechner-App auf dem iPad. Also da muss ich sagen, das habe ich eigentlich schon vor drei Jahren erwartet. Ganz nett, dass es jetzt gekommen ist. Aber das Besondere ist hier wirklich Apple Intelligence, also die künstliche Intelligenz von Apple. Und ich bin sehr, sehr gespannt, das Ganze auszuprobieren und in der Praxis zu erleben. Und jetzt kommt vielleicht so ein bisschen der kleine Downer an dieser Stelle. Denn nicht alle von euch werden dieses iOS 18 bzw. iPadOS 18 bzw. generell Apple Intelligence wirklich voll nutzen können. Denn Apple hat zwischendurch in der WWDC 2024 gesagt, dass eben nur der A17 Pro stark genug ist, um das Ganze auf einem iPhone zu verrechnen. Beziehungsweise dann eben die Apple Silicon Prozessor M1, M2, M3, M4 auf dem iPad bzw. dem Mac. Das heißt, wenn ihr kein iPad mit einem Apple Silicon Prozessor besitzt oder kein Mac oder eben nicht das neueste iPhone, aktuell ist das iPhone 15 Pro, dann werdet ihr nicht in den Genuss all dieser KI-Funktionen kommen. Ich denke mal, das normale iOS 18 oder iPadOS 18 wird auch auf ältere Geräte kommen, aber dann eben nicht mit diesen ganzen KI-Funktionen. Und damit sind wir jetzt wirklich, wirklich am Ende dieses Videos angekommen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, welches Feature euch so richtig vom Hocker gehauen hat. Und wenn ihr jetzt in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann empfehle ich euch, diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr es nicht bis zum nächsten Video abwarten könnt, dann könnt ihr gerne mal hier klicken, denn da geht es zu meinem letzten Video. Bis dahin, euer Technik.